Hallo, wir fahren hier gerade Richtung von Siegen, nein, das ist auch falsch, wir sind wieder in Selbach, Richtung Truppach, Richtung Siegen, genau. Und auf dieser Strecke gibt es etwas Witziges zu sehen, und zwar wird man das gleich sehen. Wir fahren jetzt mal zu dieser Ampel, die gerade rot geworden ist, welch ein Wunder. So, jetzt stehen wir vor dieser Ampel, und ich weiß nicht, ob man das sehen kann, das ist äußerst amüsant. Boah, zitter ich. Da sieht man ein Gesicht, und das Lustige ist gleich, es ist nicht nur ein Gesicht. Wenn es dann mal grün wird. Sollen wir es direkt gleich wieder ausmachen? Warte, wir sind auch durch. Seinfel Seinfel Teinfel Seinfel Seinfel